Wir machen diese Aktion nicht, weil wir im Einzelhandel sind, sondern weil wir mitgekriegt haben, dass es im Einzelhandel immer so schwer ist, neue Tarifverträge abzuschließen. Der Arbeitgeberverband hat den Verhandlungstermin am 2. Juli abgesagt. Ich arbeite jetzt seit neun Jahren im Handel, arbeite schon immer in Teilzeit. Es gab auch nie irgendwie die Chance, mal in Vollzeit zu arbeiten. Und auch für die Teilzeitarbeiter würde das bedeuten, wenn wir den Forderungen der Arbeitgeber nachgehen, auf dieses 24-Monats-Modell oder diese Flexibilisierung, dass wir eigentlich rund um die Uhr verfügbar sein müssen. In allen Bereichen ist es jetzt so, dass es zum Großteil nur Teilzeitarbeitskräfte gibt, kaum noch Vollzeit. Dann sind ja im Handel, arbeiten ja überwiegend Frauen. Und ich sage jetzt mal, da haben viele auch Familie. Und das macht es durch die längeren Öffnungszeiten eben auch schwierig, Familie und Beruf unter einen Hut zu kriegen. Ja, die Auktion ist halt gemischt gelaufen. Ich habe heute verschiedene Anhänger verteilt, wo unsere Forderungen draufsteht. Wir unterstützen den Tarifkampf im Einzelhandel. Und bei mir war es innerhalb von vier Minuten vorbei. Nach vier Minuten in einem Gespräch mit einem Kunden, der auch sehr aufgeschlossen war dafür, für die Forderungen der Beschäftigten, stand halt schon ein Mitarbeiter neben mir und hat gesagt, ich würde jetzt sofort gehen und ich bekomme Hausverbot. Die anderen haben teilweise sehr gute Erfahrungen gemacht. Sie hatten Gespräche mit Mitarbeiterinnen, die sie erst angesprochen haben, von wegen, was sie denn da tun, warum sie denn hier solche Flyer verteilen. Und als dann halt rauskam, dass wir sie unterstützen möchten, haben die Mitarbeiterinnen gesagt, das finde ich gut und ich werde sie jetzt auch nicht rausschmeißen. Also ich denke, es wird eine sehr lange Tarifrunde und auf jeden Fall nicht einfach. Die Arbeitgeber, die kommen uns keinen Schritt entgegen. Also der nächste Verhandlungstermin ist ja abgesagt worden. Der Herr Schrödinger hat jetzt allerdings angeboten, einen neuen zu vereinbaren, wenn wir von unserem Standpunkt abweichen. Das heißt, wenn wir über die geforderten Änderungen reden, wozu wir aber nicht bereit sind. Ja, wir werden natürlich, solange die Tarifverhandlung läuft, werden wir natürlich noch weitere Aktionen machen. Es geht bei uns dabei darum, die Leute aufzuklären, die Mitarbeiterinnen zu zeigen, dass nicht nur sie sich auf ihre Kolleginnen berufen können und mit der Solidarität von ihren Kollegen und von der Gewerkschaft rechnen können, sondern auch von den Kundinnen. Und das finden wir ein wichtiges Zeichen und werden noch weitere Aktionen machen. Wir sind auf jeden Fall kampfbereit. Und aus der Vergangenheit, je länger der Tarifkonflikt andauert, umso mehr Arbeitnehmer organisieren sich eigentlich erfahrungsgemäß. Vielen Dank. Vielen Dank.